Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum zweiten Video in meiner Serie über die DJI Osmo Action Action Cam. Ja, bevor man die Kamera nutzen kann, muss die zunächst mal aktiviert werden. Das ist ein bisschen nervig, aber bei DJI auch bei den Drohnen so und deswegen werde ich das heute mal machen. Es kann sein, dass wir dann auch gleichzeitig schon ein Firmware-Update machen müssen und uns die neueste Firmware quasi aus dem Internet herunterladen. Falls das dann sein sollte, werden wir das natürlich heute auch noch machen, damit wir dann im nächsten Video quasi uns schon mal dann auch wirklich dann mit der Kamera beschäftigen können. Jetzt versuchen wir aber erst mal die Aktivierung. Los geht's! Zunächst mal müssen wir den Osmo Action aktivieren. Dazu setzen wir hier den Akku rein und stellen sicher, dass der fest einrastet hier an beiden Seiten. Danach können wir die Kamera einschalten. Dazu halten wir hier oben diesen Knopf mit dem Ein-Aus-Symbol gedrückt. Dann dauert es einen Moment. Wir hören einen Ton und sehen hier Activate with DJI Mimo. Ja, wenn wir da angekommen sind, dann können wir in die App gehen und dort dann die DJI Mimo App starten. Falls ihr die noch nicht habt, einfach in den App Store gehen. Einmal hier nach DJI und Mimo suchen. Dann findet ihr die auch direkt hier. Die allererste ist das. Einmal herunterladen und installieren und dann können wir die als nächstes starten. Wichtig ist, dass für diese Einrichtung hier Bluetooth aktiviert sein muss, denn darüber funktioniert das und deswegen habe ich das auch eingeschaltet. Dann klicken wir einmal hier die DJI Mimo App an und sobald die dann gestartet ist, klicken wir hier oben einmal auf das Kamerasymbol und dann kommen wir in den Bereich Geräteverbindung. Ihr seht, die findet hier automatisch jetzt die Osmo Action und dann klicken wir hier einmal auf Verbinden. Sobald wir das dann gemacht haben und die beiden Geräte sich gefunden haben, steht hier Verifikationscode auf dem Osmo Überprüfen. Ihr seht hier einen Verifikationscode, der wird auch hier eingeblendet. Dann drücken wir einmal auf Accept. Und dann kommen wir hier zu den Bedingungen von DJI, die wir jetzt akzeptieren müssen und ja, dann geht es hier weiter mit der Einrichtung. Als nächstes können wir hier entscheiden, ob Geräteinformationen eingeholt werden sollen oder nicht. Da wir das für die Aktivierung brauchen, lasse ich das mal an und klicke auf OK. Ja, als nächsten Punkt müsst ihr dann ein Benutzerkonto anlegen, wenn ihr noch keins habt und wenn ihr die Mimo App so wie ich schon vorher genutzt habt, zum Beispiel für den Osmo Pocket, dann brauchte ich hier nichts mehr einzugeben. Der erkennt euer Benutzerkonto dann automatisch. Eventuell müsst ihr euch anmelden mit eurem bestehenden Konto und dann einmal hier unten auf Aktivieren klicken. Aktivierung. Fehlgeschlagen. Bitte starte dein Gerät neu. Okay, machen wir das doch mal. Es geht leider nicht. Es lässt sich nicht neu starten, denn hier steht Activating. Tja, das ist natürlich nicht so schön, wenn man hier jetzt irgendwie festhängt und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, natürlich hier einfach den Akku rauszureißen, denn eventuell ist das Gerät danach gebrickt und man kann es überhaupt nicht mehr nutzen. Also das scheint hier, ich versuche mal ein paar Knöpfe zu drücken, aber da tut sich auch nichts. Es steht hier Activating, Activating und hier geht nichts. Ich versuche es nochmal hier und weiter und aktivieren. Nein, das funktioniert nicht. Datenfehler, Aktivierung, bitte Gerät neu starten. Gut, also tun wir das mal und holen hier einfach mal mit Gewalt den Akku raus. Das ist natürlich ziemlich kacke. Brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen extra. Also wenn man schon so eine Sperre drin hat, wie so eine Aktivierung, was grundsätzlich nervig ist, dann sollte es zumindest auch funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, ist es doppelt nervig und das ist schade, wenn man viel, viel Geld ausgibt für eine Kamera, hunderte Euro und dann funktioniert es nicht, ärgert man sich schon. Ja, ich probiere es nochmal. Geräte Verbindung. Okay, so, akzeptieren, weiter, aktivieren. Es steht wieder Activating. Okay, jetzt steht hier Activation Success. Es war ein grüner Haken. Okay, jetzt können wir hier auswählen, ob wir mehr über DJI Care Refresh noch erfahren wollen. Eine zusätzliche Garantieerweiterung. Ich möchte die nicht, deswegen klicke ich hier oben einmal auf Überspringen. So, dann gibt es noch ein paar Hinweise für Anfänger. Zum Beispiel, dass hier eine SD-Karte eingelegt werden muss, wofür dieser Schalter ist und auch dieser, wofür der seitliche Schalter ist, wie der Touchscreen funktioniert, wie man den Akku richtig reinlegt. Und ja, dann kann es hier losgehen. Es gibt hier noch den Hinweis auf den Reiter Academy, wo wir noch mehr erfahren. So, ja, wie ihr sehen könnt, geht es munter weiter. Wir kommen jetzt hier zum Punkt Firmware herunterladen. Das heißt, es gibt bereits eine neue Firmware, die hier heruntergeladen werden kann. Das mache ich einmal. Download und dann laden wir die herunter und werden die danach auch installieren. Das ist durchaus nichts Unübliches bei DJI, dass direkt am Anfang schon ein Update zur Verfügung steht. Und ja, deswegen einfach einmal herunterladen und installieren. Wenn dann der Download soweit durch ist, dann können wir jetzt hier auf installieren klicken und dann verbindet sich hier die Kamera mit dem Smartphone. Dann wird hier ein Firmware-Update durchgeführt. Nein, doch nicht. Jetzt ist die Kamera wieder ausgegangen. Machen wir mal wieder an. So, einmal verbinden. Okay, wegen mir. So, probieren wir es nochmal. Installieren. Eine SD-Karte angeschossen. Also, es muss eine SD-Karte für das Firmware-Update eingelegt werden. Machen wir das also schnell. So, da sind wir wieder. Einmal SD-Karte einlegen. Also hier an der Seite aufmachen und die SD-Karte hier reinlegen. So, jetzt ist sie drin. Okay, SD-Karte ist eingelegt. So, okay. Dann einmal hier auf OK klicken. Nochmal auf Installieren klicken. Und jetzt geht es tatsächlich weiter. Das Ganze wird jetzt per WLAN übertragen. Denn wir sind jetzt im WLAN, nicht mehr per Bluetooth, so wie bei eben bei der Einrichtung. Und dann wird es natürlich auf der SD-Karte zwischengespeichert. Und dann bekommen wir hier den Hinweis, updating approximately two minutes. Also, das Firmware-Update wird jetzt durchgeführt und es dauert etwa zwei Minuten. Das heißt, wir warten jetzt mal. Okay, Update successful. Sowohl hier auf der Kamera bekommen wir den Hinweis, als auch hier in der App. Ich klicke mal einmal auf Weiter. Die Geräteverbindung, die müssen wir jetzt wieder herstellen. Das mache ich mal. Okay, ich muss wieder einen Code akzeptieren und hier mich per WLAN mit der Osmo Action Kamera verbinden. Das machen wir auch mal. Okay, das sieht gut aus. Jetzt haben wir hier quasi das Live-Bild der Osmo Action Kamera in der App. Und ja, damit sind wir durch mit dem Firmware-Update und auch mit der Aktivierung der Kamera. So, es ist geschafft. Es war ein bisschen holprig, ehrlich gesagt. Und auch nervig. Also, bei Drohnen, da kann ich ja noch einigermaßen verstehen, dass man möchte, dass die Drohnen immer auf dem neuesten Stand ist. Dass das zum Beispiel auch Flugverbotszonen immer aktuell sind und dass man auch wissen möchte, wer aktiviert da welche Drohne in welchem Land. Kann ich alles bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Hier allerdings bei einer Action Cam ist es ein bisschen nervig, wenn man die erst aktivieren muss. Wenn ich andere Kameras kaufe, muss ich da auch nichts aktivieren. Also, das ist nicht so wirklich hilfreich. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch zwischendurch hakt und nicht so richtig funktioniert. Das hätte man besser vorher testen müssen oder zumindest irgendwie komplett rauslassen. Ja, zum Abschluss werde ich die Kamera noch komplett mal aufladen. Also, hier ans Ladegerät hängen bzw. an ein USB-Ladegerät und dann hier mit dem USB-Type-C-Kabel da an der Seite dranklemmen, damit wir den Akku richtig vollladen und fürs nächste Mal uns dann hier auch alles in Ruhe anschauen können. Und nicht, dass der Akku da leer ist. Denn im Auslieferungszustand, und das ist eigentlich auch gut so, da ist der ja nicht komplett vollgeladen. Ja, soweit mein Video zum Thema Aktivierung und Firmware-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen, auch wenn es jetzt zwischendurch so ein bisschen holprig war. Aber das ist halt, kann euch ja auch passieren. Von daher seht ihr, wie ich das gemacht habe und dass es auch bei mir nicht immer alles hundertprozentig funktioniert. Falls euch das Video gefallen hat, gerne unten kommentieren, auch eure Meinung zu der Aktivierung. Haut sie mir da unten rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Empfehlt mich weiter. Und falls ihr es immer noch nicht gemacht haben solltet, dann auf jeden Fall noch den Kanal abonnieren und auch auf die Glocke drücken, auf das Benachrichtigungssymbol, damit ihr die kommenden Videos nicht verpasst. Von mir zum Abschluss, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.